So, dann machen wir die Sintflut. 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 So, dann machen wir sie. So, dann machen wir die Sintflut. 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 das muss ich hoffe das hat jetzt gereicht war sonst kriege ich ja die kotze es hat gereicht ein habe ich das fehlen nur noch sechs stück nur ich manchmal muss noch einen ne rennt was erfolgt zwei müssten unten im erdgeschoss sein in meinem haus was ist dein haus natürlich darüber gegangen oder ich bin wieder zurück ich bin die rampe schon wieder rein dann in unserem haus bist du im ersten okay ich sehe laser ich blute ich habe jetzt bräuchte mal hilfe noch einer weit weg ich müsste mal klippen und alles wo sitzt du genau ja unten an der rampenfenster eine rampenbude du kommst gestapft nein der müsste unten sein irgendwo bei dir dann mit buschgeräusche auch noch was ist denn los jetzt das ist das ist das ist nicht das ist War das bei dir? Nein, unter mir. Also bei dir unten, gar wo hinten. Oder ist das das Nebenhaus von? Ich weiß es nicht. Die sah uns. Das ist auf jeden Fall bloß noch einer. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall bloß noch einer. Das ist auf jeden Fall bloß. Wir können runterzutieren langsam. Jetzt bin ich tot. Wo bleibt mir meine Hilfe irgendwie? Wo bist denn du Blei? Warte, ich bin hier unten rechts, wo dein Rucksack vorhin drin lag. Pass auf, ich weiß nicht, wo da ist der Hund. Oh, hat er mich zerrissen. Oh, scheiße. Ich flicke mich gerade, da muss hinten sitzen, oder? Ja, ich habe ihn zerrissen. Ich habe ihn nicht gesehen. Scheiße. Scheiße, naja, das war's. Na, wenn er kommt. Pusch ich raus. Komplett durch hier. Bauch schwarz, Been schwarz, alles. Ein Gejammer, Junge. Der hat doch durch die Wand geschossen, oder? Ja, ja, irgendwie. Stabst du? Nein. Irgendwo unten, ganz hinten. Das ist er. Ich habe noch eine Granate, aber... Wenn ich die Werfe treffe, treffe ich dich vielleicht. Ich sitze ja hier im Zimmer. Höchstens, du schmeißt sie so, dass sie ihr abprallt. Ich fände einfach rein. Draußen war ein Scaff vorbeigeschlichen. Ja, ja. Hat uns ein Scaff so zugerichtet. Keine Ahnung. War so eine Neid geworfen? Neid klein. Das muss doch Spieler sein. Was ist denn das für ein Typ? Vor allem, wo ist denn der? Wo bist du im Treppenhaus? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt eine Höhe gegangen. In den Raum. In den Fliesenraum. In den ganz kleinen, wo die Holzkisten stehen. Also hier kommt... Auch ein Scaff ist auch noch da. Das ist alles bei Null. Das ist alles bei Null. Was? Achso. Keine Chance mehr gehabt. Da ranzt alles. A, D, 3, X, X. Das kann man schön vergessen. Was für eine Munition. Da schießt mit... Ah... 7. 6. 2 PS. Genau. Draußen habe ich auch noch 200 Stips Polever. Das muss ja aus Scaff gewesen sein. Mhm. Da kann ich auch noch ein Acker haben oder so. Mit Joghurt. Wenn ich eine Granate reingehalten habe, war rechts am Fenster. Die hatten leider nicht getroffen. Komischerweise. Ja. 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 Aaaaah. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ach ne. Mmm... Fuck. Er säuft aaschüsst mich während des Trinkens. Das ist.. Komm vergiss es mal. Das verstehe ich auch nicht wenn man zuseher abbrechen kann Oh, die zwei Bären, die brauche ich ja auf Lighthouse nicht hier. Ach komm man, so ein Vollidiot, der drückt mir den Hatter. Ist klar, Junge, warum nicht? Kann man machen. Das ist komm.